Wie haben wir den Einkaufstourismus untersucht? Wir haben den Einkaufstourismus untersucht, also wie häufig, wann, wohin gehen Schweizer Konsumenten in stationäre Geschäfte auf der anderen Seite der Grenze, also nach Frankreich, nach Italien, nach Deutschland. Und wir haben aber auch den Online-Einkaufstourismus untersucht und dabei wurden insgesamt 3.000 Menschen befragt in der Schweiz mit einem Online-Fragebogen und das haben wir mittlerweile zum zweiten Mal gemacht. Also nach 2015 haben wir 2017 im Juli erneut Konsumenten befragt zu diesem Thema Einkaufstourismus. Überraschend bei der neuen Studie war jetzt, dass im Vergleich zu 2015 der Einkaufstourismus zugenommen hat. Wir hatten wahrscheinlich 2016 den Peak und dann ist es runtergegangen, aber trotzdem insgesamt hat es zugenommen. Und der zweite Punkt ist, dass der Online-Einkaufstourismus erheblich zugenommen hat in diesem Jahr. Für die Zukunft lässt sich ableiten, dass der Einkaufstourismus sehr stark vom Wechselkurs abhängt. Wenn der Schweizer Franken schwächer wird, dann wird der Wechselkurs sicherlich nach unten gehen. Nichtsdestotrotz glauben wir, auch vor dem Hintergrund jetzt, dass es ja Weihnachtet, dass wahrscheinlich der Online-Einkaufstourismus in der Zukunft stark zunehmen wird. Winstet 2 7 7 8 9